Ja, Moin! Herzlich Willkommen zur Ice Bucket Challenge hier in Kajosa-Feld. Ich wurde nominiert von Oliver Dirksen und ich selber nominiere Olaf Hansen, Thomas Tattoo-Boback und dazu noch Udo van Mark. So, jetzt eine kleine Dusche und ein paar Runde und dann ist Feierabend. Also, mit Eiswürfeln. Nass und kalt. Und hier was zu lutschen. Und das ist auch jetzt das letzte Mal, dass ich in diesem Jahr irgendwas mache.